Lyra steckt ihn in Brand. Barak ordentlich draufhauen. Launtry. Äh, das musste ja jetzt noch so kommen. Jetzt macht er auch noch Schniff. Teuer, sage mal. Okay. Okay. Ähm. Damit kann ich nur mich heilen. Einmal Barak. Okay, aus der AOE raus. Wir sind nämlich jetzt fast alle tot. What? Ähm. Ja. Ja. Okay, du bist ver... Nein. Okay, heil dich selber. Bin mal gespannt, wann das nächste Portal aufgeht. Eine Wunde bis jetzt. Okay, geht noch. Was ist da passiert? Das kann schwer sein. Ich konzentriere mich mal weiter auf ihn. Vielleicht absorbiert er gleich die kleinen. Und ich sollte mal Fähigkeiten anwenden. Oh, mach mal das da auf die beiden da vorne. Okay, Selbstheilung. Dann weiter auf ihn hier bitte, Anne. Dann weiter auf ihn hier bitte, Anne. Landry, heil dich. Au, 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 au. Das sieht jetzt nicht gut aus. Landry ist nämlich weg. Sind das zwei Heimzücken? Ne. Okay. Das ist ein böser Bossfight. Jetzt versuche ich erstmal, ob ich herauskriegen kann, ob ich mich zurückziehen kann aus diesem Bossfight. Weil wenn ich mich zurückziehen kann, kann ich jederzeit einmal rasten. Ich habe es. Ich bin nicht hier, um Freunde zu machen. Ja, ich scheine mich zurückziehen zu können. Ich bin nicht hier, um Freunde zu machen. Okay. So. Barak, zieh ihn mal auf dich. Hörer, versuch ihn zu versteinern. Landry, Eisschuss. Ich Eisschuss. Federwurf Berwick, hau ordentlich drauf Nürra, versuch ihn zu beerdigen Geh steinig Gesicht Okay, er hat jetzt absorbiert Du hältst mal Lürer klein, du hältst Berwick groß Yes Okay Heilung über Zeit auf die beiden Versuch das Ding weg los zu werden So Jetzt wieder auf den Dicken Da Feuern mal Mal ein Stein da drauf So, mehr Schutz auf die beiden Herzschuss Lürer, fackel das mal ab Der Schaden raushauen Und dann machen wir Das So Landry, halb berwick Oh god You're not going anywhere Oh, das sind wieder solche Angriffe Angriffe So, du bleibst hier Als Berwick, als Lürer Raus aus dem Beschwerungskreis Okay, Landry Heil dich Du stirb Okay Okay Taktischer Rückzug So, du bleibst hier So, du bleibst hier So, du bleibst hier So, du bleibst hier Verfolgt hier Verfolgt er uns jetzt wirklich Nein, er verfolgt uns nicht mehr So, du bleibst hier So, du bleibst hier So, du bleibst hier Leider geht der Trick Den ich sonst immer benutzt habe Nicht, also den ich bei Pillars of Feternity benutzt habe Weil er kann sich jetzt gerade hochheilen, sehe ich Was hat denn der alles? Tücke absorbieren Plage absorbieren Schock Schwäche Hat aber alles Schwäche Okay Eigentlich bräuchte ich Landry am Leben Ja, das kannst du ruhig beschwören Band der Ehre Band der Ehre So Ich halte mich gleich mal Und Baric Zieht das Ding auf sich, hoffe ich mal Dass wir ihn irgendwie loswerden können Auch wenn wir nur zu zweit sind Das wird wahrscheinlich nicht viel bringen Ich mache ohne die anderen beiden nämlich nicht genug Schaden Das wird zwar leider nichts Die Taktik, ihn da wegzulocken Dass nicht so viele Geister kommen Mit denen ich mich auch noch rumprügeln muss Ist gut Ich muss halt aufpassen, dass ich mich ab und zu mal zurückziehe Vor allem gerade nachdem er sich geheilt hat Und meine Skills regenerieren lasse und alles Sonst hat das absolut keinen Wert Von daher Da jetzt die Zeit wieder mal rum ist Speichere ich LP 016 Speichern Und dann mache ich erstmal einen Cut Und dann müssen wir uns irgendwie überlegen, wie wir hier noch reinkommen Also Bis dann Und dann